Selbst auf die Gefahr hin, dass das Material so elastisch ist, wie wir alle, dass die Flasche nicht beim ersten Wurf kaputt geht, das mag kein gröses Oben sein. Das ist hier heute die Weltkampf-Hanorge, die hohe HLücke mit den Flasken. Meine Damen und Herren, liebe alte Recyclinghalle, wir taufen dich heute im Namen der Samtgemeinde Landtadeln auf den Namen Rüad, nicht Rüadone, Rüadhalle und geben dir damit diesen Namen. Und nun wollen wir mal sehen, ob unsere norwegische Freundin die Flasche kaputt kriegt. Am besten auf Herrn Mangels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017